Was machen wir jetzt? Sylvanas, Tyrande, Graubehne sind die MVPs hier Gucken wir was die bannen Die haben wir First Pick, also wir müssen eigentlich Sylvanas bannen Ja Soll ich eine Tyrande machen? Ja wir gucken mal was die machen, aber ansonsten würde ich sagen, Arta das Tyrande fällt Soll ich eine Tyrande machen? Auf jeden Fall noch einen zweiten Supporter dann mit mir bitte. Da will ich nicht den Solo-Support machen. Hast du Greymane spielen, Devin? Können schon. Minderstens hätte ich ihn noch. Weil er in der Roter ist. Kein Geld dafür. Ja du hast dann mit 200.000 oder so. Na 129.000. Was machen wir? Tyrande Arthas zuerst? Ja. Ja. Ich würde sagen ich mache auf jeden Fall die Heal-Ulti. Und du kannst dir überlegen ob du Palme machst oder Seven-Sided. Ja. 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 Hast du noch einen guten Atem von Devin? Kannst du noch spielen oder so? Terrigan. Kannst du die? In Englisch schon. Boah die wäre nicht schlecht. Hm gut. So was soll ich denn wann? Terrigan am besten jetzt. Wenn ich die Terrigan spielen soll. Find ich sie ja. Ja. Wobei die haben wir auch schon. Denk. Ich trotzdem dann. Ja. Ja. Was macht Marley dann? Hm. Also ähm. Dana. Dana ist doch gut gegen Immortal. Okay. Ich glaub Carrigan und Chana ein oder? Ja. 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 Mit Cari. Ja. Mal. Und ich glaub ob die noch einen zweiten Tank nehmen, dann nämlich Cara, Siehst du mal die Damage-Ulti. Wo er sie nicht. Ja. Hara Simon Damage Ulti, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Nee, ich bin nämlich kein Freund von Starfall. Deswegen. Ja. Boah, Starfall ist gut. Ja. Das mag schon sein. Kannst dich noch erinnern, da habe ich mit dir das Saison gespielt, oder? Auf Garden of Terror, wo die immer diese vollharten Engagements mit Shadowstalk gemacht haben. Boah, war das übel. Der Medivh hat immer gescoutet, wo alle sind, vor allem der Kälter, der bei uns am immobilsten war. Und dann sind die immer cloaked reingerannt mit Shadowstalk und instant ring auf Frost und Apokalypse und alles auf den Kälters. Ja. Das war so übel. Innerhalb von 0,5 Sekunden waren zwei Leute bei uns tot. Ja. Die brauchen gar nicht viel Heilung, oder so. Die haben uns einfach einfach aus dem Leben geklatscht. Na ja, wenn man das nicht kommen sieht, ne, dann... Ja, es ist schwierig, weil der Medivh war die ganze Zeit über uns, über dem Bewusstsein halt nie, wann ich jetzt kommen kann. Ja. In der Pro-Szene ist Medivh auch richtig stark. Im Prinzip kann ich die Ulti auch nutzen, wenn wir engagen wollen. Müsst ihr nur früher, dann sagt das einfach an. Lean Ulti oder was weiß ich, dass ich Bescheid weiß, weil sonst benutze ich das nur als Heal, ne. Im Fight so. Das ist ja dann Bescheid. Ja, das können wir mal machen, wenn wir zu denen rübergehen. Ja. Wann ist es so auch, dass man dann die Ähnlichkeit am Ende von der Runde oder? Ja, genau. Ja, dann gucken wir uns das nur gut rein. Also, dann machen wir jetzt drei Sekunden und dann rüber oder so. Dann rüber und... ...engaging dann. Der Gar ist da, okay. Wenn die wohl alle hier unten sein. Jupp. Oh, da kommen sie aus dem Busch. Ja, da müssen wir ein paar runterrotieren, ne. Ja, schon am Weg. Schafft Kerrigan das allein? Oder soll ich da bleiben? Ich bin schwer, aber ich kann es probieren. Halt. Hast du schon gut kassiert, ja. Ja, aber eigentlich. Okay, die Lens nicht mehr als gut zu wissen. Drei Sekunden, Leute. Alter, wo bleibt die denn? Oh. oh wovf es geht Ich kann da unten alleine Da, der ist gefailt hier, der Prollo Was? Der ist reingesprungen, Graumene, bei uns hinter die Wall Der war halt nur um das her Weil er unsere Kerrigan haben wollte, die gleich stirbt Wie? Da haben trotzdem Scheiße Du hast gewinnen, die ich hab gewählt, ja? Ja, ja, das nur was brav Ich kann sehen, was haben wir Wer wollte mich letztens mit den Mobs umbringen, du oder ich? Ich glaub, das wirst du Na gut, das war ich, aber du hattest es auch gar nicht Oh! Du bist auch so fliegen, du Ja, ich bin wieder da Hm, ich hab auch bei mir am Auto Auf dem Rad ganz nicht gewiss, so leicht Ja, ja, ja Ich hab da kein Auto Warst du überhaupt schon einen Führerstein? Nee Du musst aber auch beim Führerstein Ja, hat sich dein Eustern alles eingefragt Ich hab da ein bisschen verkehrt Also irgendwie klingst du momentan sehr seltsam Oh, wie aus der Blechbüchse Ja Ah, natürlich BAM! Eulenfrack Vorsicht! Alter, ihr lebt aber auch gefährlich heute, ich weiß nicht, was da los ist Warum denn? Welchen Tank haben die nochmal? Äh, Israel Äh, Israel Dann Ja Nee, dann nicht Camp Kommt in die Mitte, kommt in die Mitte Ja, das ist zu spät Ja, das ist zu spät Oho 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 Ah Ah Bei beiden Malen sind wir zu spät hin Ja Also Oho Oh, zurück Ja Hinter die Mauer Und Das ist so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Nein Das war's für heute. Oh Ich habe nur zu viert. Ich bin überlebt. Alter, ernsthaft. Kann man auch mehr. Ernst, weil Sonja noch tot ist? Ja, ich muss nur zurück, weil ich kann auch noch mehr haben. Sonja ist ja da, Alter. Die sind noch keine 13, ne? Er ist am Schleifen. Ja. Das ist ein Schleifen. Das ist ein Schleifen. Das ist ein Schleifen. Das ist ein Schleifen. Oh, wow. Ah nein, dann werden wir gerackt. Ah, wir haben am Anfang zu lang geschlafen. Auf der Map snowballt sich da durch. Das ist ein Schleifen. Es gibt einen Schleifen. Das ist ein Schleifen. Das ist ein Schleifen. Was? Wut? Man versteht dich sehr schlecht nur. Die sind 13, ne? Kommt zurück. Können eigentlich nicht auf hoch warten. Eingesaugt. Sonja reckt uns richtig hart. Sonja nimmt hinten einen nach dem anderen auseinander. Ja, GG, ne? Ja, haben wir am Anfang geschlafen. Schade. Niederlage. Niederlage. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020